Servus Leute, ich grüße euch diesmal aus dem Wald wieder mal. Die Waldapotheke oder die Natur ist ja die beste Apotheke, die wir haben. Bäume, Laub, Gräser, Heilpflanzen gibt es ja so viel wie ein Meerrettich zum Beispiel, ein Holunder, dann Johannesgraut, alles Mögliche, was bei uns in der Natur so keucht, fleucht, wachst, alles Mögliche. Die Natur, wir müssen uns einfach besser schützen, schätzen und ehren. Und mit den Worten, da sage ich viert euch, Servus, bleibt gesund, bis bald und habt auf jeden Fall Spaß am Leben.